Ins Leben geschaut. Geschichten, die berühren. Themen, die bewegen. Hier ist der Podcast der Diakonie Lanzig. Hilfe, mein Kind ist nur noch am Computer. So klagen viele Eltern. Das Thema Mediennutzung ist ein Dauerbrenner. In Zeiten von Corona und Lockdown ist für viele die Situation noch verschärft. Jetzt findet auch die Schule online statt. Andere Angebote wie Sport oder Musik fallen weg. Das Kind ist nur noch am Rechner. Wie viel Computer ist normal? Und wie kann ein angemessener Umgang mit digitalen Medien gelingen? Ich spreche mit Nicole Baumgart. Sie arbeitet beim Projekt Drahtseil. Das ist eine Einrichtung der Diakonie, die Präventionsprojekte in den Bereichen Sucht, Medien und Gewalt für Kinder und Jugendliche anbietet. Frau Baumgart, Sie sind Fachfrau auf dem Gebiet der Mediennutzung. Wie sehen Sie das? Hat der Lockdown Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche in Bezug auf die Nutzung digitaler Medien? Ja, der Lockdown hat natürlich riesige Auswirkungen letzten Endes auf das Mediennutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen. Und das bleibt uns nicht verborgen. Also wie erkennen wir das genau? Und zwar erkennen wir die Auswirkungen des Lockdowns anhand der wirklich gestiegenen Anfragen unserer Projekte in den Bereichen Medien. Also das hat sich tatsächlich im letzten Jahr komplett verändert, zum einen. Zum anderen sind wir aber auch mehr als denn je mit Fachkräften und Eltern im Austausch. Jetzt alles online derzeit, das geht nicht anders. Da ist Mediennutzung, eine erhöhte Mediennutzung, ein großes, großes Thema. Und das lässt es natürlich erkennen. Also die Mediennutzung ist gestiegen, zum einen. Und das Freizeitverhalten der Kinder hat sich aber auch irgendwie geändert. Die Grundschulen, die sind ja derzeit an den Schulen. Und das gibt uns natürlich die Möglichkeit, dort online zum Beispiel in die Klassenzimmer zu streamen. Da haben wir jetzt zum Beispiel so ein Online-Theaterstück. Und in dem Theaterstück, ja, arbeiten wir gemeinsam mit den Kindern an so verschiedenen Herausforderungen im Netz. Wir beziehen die mit ein. Und in der Interaktion mit denen wird ganz klar, dass die wirklich in so einem jungen Alter, da rede ich also jetzt von dritter, vierter Klasse, schon im Netz sind. Die sind da unterwegs. Und oftmals zeigt sich aber auch, dass sie sich wenig schützen. Oder dass sie zum anderen viel zu lange online letzten Endes sind. Da haben Sie jetzt schon einen ganz großen Themenkomplex oder verschiedene Themen angesprochen. Sie sagen, die Grundschulkinder sind in den Schulen. Aber auch die Grundschulkinder waren ja zum Teil zu Hause. Und größere Kinder sind sowieso mehr oder weniger zu Hause, außer wohl die Abiturklassen zurzeit, die noch am ehesten Präsenzunterricht haben oder hatten. Da spielt natürlich erst mal das Thema Homeschooling eine Rolle. Nur ist Homeschooling keine schlechte Sache. Also wenn wir uns vorstellen, das hätte es nicht gegeben, dann sähe das alles noch schlimmer aus, als es sowieso schon aussieht. Da kann man ja auch sagen, die Online-Nutzung hat ja auch was Positives. Was würden Sie sagen, an welcher Stelle ist das positiv? Und wo gibt es da auch Gefahren mit dem Homeschooling? Also fangen wir erst mal mit dem Positiven an. Das finde ich, macht sich immer ganz, ganz gut. Und ich würde es jetzt vielleicht gar nicht nur runterbrechen auf Homeschooling, sondern auf den Einsatz von digitalen Medien oder auch so von Online-Tools im Unterricht im ganz Allgemeinen. Was wir sehen als positiven Effekt, ist natürlich, dass nicht selten uns Kinder sagen, nicht nur in der Grundschule, auch in fünften, sechsten, siebten Klassen, dass sie zum Beispiel Lerninhalte besser verstehen auf Lernkanälen von YouTube. Und warum ist das so? Die Kinder sagen uns, naja, die Inhalte werden ganz anders aufbereitet. Die YouTuberInnen, ja, die kommen einfach ganz anders daher. Das ist cool, das ist lässig und das spricht an. Und das ist ja eine Sache, die man, finde ich, zumindest echt nutzen kann. Also das steigert die Lernmotivation. Und warum nicht? Vielleicht noch eine zweite Sache, die mir dazu einfällt, ist auch so Quizformate, die genutzt werden. Also das spricht die Kinder in einer spielerischen Art und Weise an. Und das kann man doch durchaus nutzen. Und das läuft übrigens auch schon sehr gut an den Schulen an. Das ist eine positive Seite. Also man könnte auch hoffen, dass auch nach einem Lockdown vielleicht diese positiven Aspekte dann rübergerettet werden, sag ich mal. Also dass Schulen auch offener werden, solche Möglichkeiten zu nutzen oder die Kinder auch selbstständiger vielleicht wären in ihrem Lernen und dann sagen, okay, mit dem Buch, damit komme ich nicht zurecht, aber ich habe da ein YouTube-Video gefunden oder ich habe irgendein anderes Tool, was mir hier weiterhilft, wie ich mir den Lernstoff aneignen kann. Ja, das denke ich, das denke ich durchaus. Durchaus. Denn letzten Endes ist es ja so, Medien sind ja nicht nur Fluch. Also ich denke, dass es tatsächlich auch hier macht wieder so die Menge des Gift. Und ich denke, anfangs, zu Anfang des Lockdowns war es sicherlich aus der Not wurde eine Tugend gemacht, ja, mit Blick auf Mediennutzung. Aber ich denke, dass die Entwicklung positiv ist und dass sie eigentlich sehr, sehr gut genutzt werden kann, gerade auch mit Blick auf die Zeit nach der Schule. Ja, also wenn ich da keinen PC bedienen kann, wenn ich nicht weiß, wie ein Tablet ein- und auszuschalten ist, dann bin ich einfach für den Arbeitgeber weniger attraktiv, als jemand, der es einfach kann. Für wen ist denn das ein größeres Problem? Für die Schüler oder für die Eltern? Nein, ich meine nicht die Eltern, ich meine die Lehrerinnen und Lehrer. Also ich kann mir vorstellen, dass die Schülerinnen und Schüler das irgendwie ganz cool finden, aber das Lehrpersonal, ich denke mal, sehr unterschiedlich drauf ist. Die einen machen das super gerne und lassen sich was einfallen und andere, die haben gerade mal begriffen, wie ein Computer ein- und ausgeht. Also so stelle ich mir das vor. Ich weiß nicht, wie es in der Realität ist. Also die Bereitschaft, sage ich jetzt mal so, oder die Motivation, das einzusetzen im Unterricht, ist natürlich so unterschiedlich wie die Lehrenden selber. Das ist klar. Was wir gemerkt haben, und das wurde gut genutzt, wir haben halt Online-Angebote erschaffen, da ging es gerade um die Frage, welche Online-Tools kann ich einsetzen im Unterricht. Die Nachfrage der Online-Seminare war sehr hoch. Und das hat uns eigentlich gezeigt, dass die Lehrenden schon erkannt haben, wo es einfach, ich sage jetzt mal, die Baustellen gibt. Und die sind aber schon auch gewillt und sehr motiviert, da einfach anzupacken und einzusteigen. Also da bin ich ganz zuversichtlich. Okay. Dann ist ein großes Thema die Frage nach der angemessenen Dauer. Wie lange darf mein Kind mit Computer, Handy und so weiter beschäftigt sein? Und unterscheidet sich das dann nochmal danach, ob das dort Schularbeiten macht oder lernt oder eben spielt? Oder gibt es da eine Gesamtzeit? Können Sie was dazu sagen? Gibt es da Empfehlungen für entsprechende Altersklassen? Also es gibt tatsächlich offizielle Empfehlungen zur Mediennutzung. Das betrifft nicht nur digitale Medien, das betrifft Medien im Allgemeinen von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und ich würde jetzt einfach nur mal die digitalen Medien rausgreifen. Und das bedeutet, das sind ausschließlich Bildschirmmedien. Also da rede ich vom PC, vom Laptop, vom Tablet oder auch von der Spielekonsole. Also Hörbücher zählen dort nicht mit rein. Ja, wenn ich jetzt an die 6- bis 10-Jährigen zum Beispiel denke, ich will sie jetzt nicht langweilen mit den ganzen Zahlen, da ist die Empfehlung 45 bis 60 Minuten am Tag, Zeit zu verbringen mit digitalen Medien. Und für die älteren Kinder gestaltet sich das ein bisschen schwieriger. Da gibt es wiederum eine andere Empfehlung. Und zwar sagt man da, das ist so eine Faustformel, 10 Minuten Mediennutzungszeit pro Lebensjahr am Tag. So, und das heißt, nehmen wir uns mal ein 12-jähriges Kind, das hätte dann 120 Minuten Mediennutzung, online sein und so weiter pro Tag zur Verfügung. Das als offizielle Empfehlung, als Orientierung. Und da ist das jetzt egal, ob das Freizeit ist oder Schule? Egal ist es an der Stelle auf keinen Fall. Denn was hat uns die Pandemie ganz klar auch gezeigt? Wir müssen, da kommen wir nicht drum rum, egal ob Lockdown oder nicht, eine Unterscheidung treffen zwischen dem Medienkonsum, und da rede ich von Datteln, Zocken, ja, mit anderen Chatten, oder auch den Mediennutzung, ja, weil das ist was anderes. Das recherchiere ich für einen Vortrag oder erstelle ich einen Erklärfilm, ist das natürlich eine Arbeitszeit, ja, und kein Medienkonsum. Und das ist natürlich auch ein Zankapfel zwischen Eltern und Kindern. Also diese Unterscheidung, die muss erst noch gemacht werden. Das ist sicherlich nicht so einfach auseinanderzuhalten. Und ich kann mir vorstellen, es ist auch nicht so einfach zu kontrollieren. Es gibt ja auch Kinder, die sind ganz besonders schlau und haben dann auf der einen Seite irgendwie einen Bildschirm mit Hausaufgaben und irgendwo anders noch einen, wo ein bisschen gechattet und gezockt wird. Ja, welche Mutter, welcher Vater schafft das dann daneben zu stehen und das alles zu beaufsichtigen? Das stimmt, das schafft keiner. Zumindest wäre das eine Aufgabe, die einfach, wo man sich viel vorgenommen hat, das schafft man nicht. Also was mir wichtig ist an der Stelle, die Kinder und Jugendlichen, die brauchen in dem Bereich eines. Und zwar ist das einerseits eine Freiheit und ein Vertrauen. Das ist wichtig. Andererseits, und das ist auch ganz klar, brauchen die aber auch Regeln und eine Begrenzung. Und das ist, glaube ich, so, dass die beiden Sachen, in dem ein großes Geheimnis liegt. Also ich verstehe die Eltern, gerade auch über die Elternabende, ganz viele Sorgen tragen die an mich heran. Die haben Angst um ihre Kinder. Die haben Angst, dass die einfach medienabhängig werden. Die haben Angst, ja, dass sie im realen Leben nicht mehr zurechtkommen. Das kann ich nachvollziehen, einerseits. Und andererseits hören wir aber auch die Kinder, die sagen, ja, ich möchte mich ausprobieren. Und ja, ich halte auch Kontakt über die digitalen Medien. Und das ist meine Art der Kommunikation. Und da, ja, konkret sich Regeln abzustimmen, immer wieder im Gespräch zu bleiben, ich denke, darin liegt so der goldene Mittelweg. Wenn Sie sagen, wir haben auch Kontakt und es spielt sich auch das soziale Leben über die digitalen Medien ab, da muss man ja auch das Thema Sicherheit bedenken. Worauf muss man da achten? Also es gibt ja da Berichte über Cybermobbing, Cybergrooming, WhatsApp-Gruppen, wo man nicht weiß, muss das jetzt sein? Was passiert da eigentlich? Was macht mein Kind da? Wie viel gibt das von sich preis? Wie geht man damit vernünftig um? Also der Schlüssel dafür, also der Schlüssel, das klingt immer so pathetisch, aber ich denke, es beginnt immer mit der Frage, welche Apps nutzt mein Kind? Und also schon allein die Frage erst mal sich zu stellen, okay, und für welches Alter ist diese App überhaupt empfohlen? Das hat ja alles Hintergründe. Und dann nicht zu sagen, Mensch, ja, jetzt hast du dein Smartphone, lad dir alles runter, sondern wirklich diese Dinge gemeinsam zu tun. Und ein wichtiger Punkt, den wir natürlich mit den Eltern besprechen, aber auch mit den Kindern, ist ja die Einstellungsfrage. Also welche Datenschutzeinstellung kann ich bei den Apps einfach vornehmen? Also es ist nicht so, dass ich ohne Schutz im Netz bin. Ich kann mich schützen, ich kann meine Daten schützen, aber die Kinder müssen natürlich wissen, wie das funktioniert. Und dafür brauchen die, ja, die Erwachsenen an ihrer Seite. Und natürlich vielleicht auch dauerhaft der Gespräche darüber, was ich von mir selber an Menschen, die ich vielleicht tatsächlich nur aus dem Internet kenne, preisgebe. Ja. Ob ich da Fotos hinschicke oder Telefonnummern oder ob ich das lieber nicht mache. Ja, auf alle Fälle. Also so die Frage, wie möchte ich mich darstellen, ja, und wo ist auch eine ganz klare Grenze? Das sollte immer wieder besprochen werden. Und vielleicht ist es ja auch möglich, gemeinsam auch mal online zu gehen, zu schauen, okay, wo bist du denn unterwegs? In welchen Foren? Welche Spiele spielst du? Also dass auch die Eltern eine Vorstellung davon bekommen. Und immer wieder zu thematisieren, wenn dir was komisch vorkommt, wenn du zum Beispiel übermäßige Komplimente bekommst, wenn die Frage kommt, ja, mach doch mal einen Film von dir und schick den mir. Wenn die Frage kommt, lass uns treffen, ja, aber der andere gibt ganz, ganz wenig von sich preis. Also dass das Warnsignale sind. Und dass dann die Kinder natürlich auch zu den Eltern kommen können. Und dass sie eben nicht Angst haben müssen, so nach dem Motto, jetzt hast du schon wieder gedaddelt, sondern dass sie tatsächlich sagen können, hey, pass auf, ich habe ja gerade irgendwie eine Begegnung und die bereitet mir Bauchschmerzen. Also wäre es vielleicht so ein bisschen der goldene Weg, zu sagen, auf der einen Seite gehen die Eltern auch ein bisschen auf die Kinder zu und gucken sich an, was sie dort spielen. Oder können sogar teilweise mal mitspielen oder sich damit beschäftigen. Und auf der anderen Seite ist dann eben auch einfach trotzdem die Frage, wie kriege ich die Kinder wieder von den Geräten weg? Haben Sie da auch noch eine goldene Regel, eine super Idee, wie man das bewerkstelligen kann? Naja, ob das jetzt eine super Idee ist, weiß ich nicht. Aber hinter dieser Sache, was Sie gerade genannt haben, gemeinsam zu spielen mit den Kindern, also wirklich zu verstehen, welches Motiv steht denn bei meinem Kind hinter dem Wunsch, dieses Spiel zu spielen, das bringt, finde ich, ganz viele Informationen. Oftmals sind das ganz einfache Sachen. Die Kinder zeigen sich in dem Spiel, die können dort was, die können dort was richtig gut, und die kriegen super positive Rückmeldungen. Dort können sie Verantwortung übernehmen, die können aber auch Verantwortung abgeben. Also all diese Sachen, wenn ich das herausfinde, gemeinsam mit meinem Kind, kann ich dann gemeinsam im nächsten Schritt überlegen, und wie könntest du das in unserem Alltag, im Offline, sage ich es jetzt mal so, auch erreichen für dich. Und das kann alles sein, das kann eine Familienzeit sein, das kann Sport sein, das kann irgendwas Verrücktes sein. Dem sind ja keine Grenzen gesetzt. Okay, also kann man zusammenfassen, es reicht nicht zu sagen, nein, du darfst nicht, sondern viel besser ist es zu sagen, lass uns vielleicht gemeinsam mal etwas anderes machen. Und vielleicht einen coolen Vorschlag, sich zu überlegen, womit man die Kinder von den Medien auch weglockt, und wo sie trotzdem einen tollen Nachmittag haben, oder auch Erfolgserlebnisse. Ja, genau, also ich denke, das A und O ist da wirklich so die Alternativen. Und nicht selten sehen wir ja in den Projekten, wenn wir halt so ein Gedankenexperiment machen, stell dir vor, du machst mal dein Smartphone für 24 Stunden aus, was würdest du in dieser Zeit machen? Ja, da fallen manche Kinder in ein schwarzes Loch, weil die sagen, ich weiß es einfach nicht, ich habe keine Alternative. Und dann zu sagen, okay, was könnten sich denn die anderen vorstellen? Und dann kommen die Ideen, ja, Mensch, ich kann rausgehen mit meinem Haustier, ich kann mal wieder malen, ich kann dazu Musik hören, das habe ich früher total gerne gemacht, das beruhigt mich. Oder ich kann einfach, ja, im Buch schnappen oder was auch immer. Also diese Impulse braucht es auch manchmal von außen, das klingt manchmal ganz komisch, und man denkt, jetzt muss man doch irgendwie drauf kommen. Aber ja, wenn das einfach nicht so präsent ist im Alltag, dann braucht es manchmal auch nur einen kleinen Stubser. Und da rede ich nicht von einem teuren Verein, oder noch einem Termin, den man sich dann doch mit reinpackt in die Woche. Ich denke, das sind alle gestresst genug. Das sind so die ganz kleinen und einfachen Dinge.